einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zurück zur nächsten folge fallout 4 in part nummer sechs mittlerweile dürften wir es sein und wie gerade schon als für mich gerade für euch vor zwei tagen kurz angesprochen ich habe ja die das audiosignal mit der invia voice software gemacht gerade mal reingehört und ja da ist mir aufgefallen ich habe ja zwischendurch kurz mal den noise kompressor ich nenne den jetzt einfach mal so ich weiß gar nicht wie der heißt angeschaut also bearbeitet so dass er die leichten geräusche rausfiltert vergessen aber den anzumachen und so hört man natürlich jede atemgeräusche später dass das natürlich blöd aber na gut da freut sich jemand später im bearbeitungsprogramm ich hoffe ihr seht es mir nach wenn man aber immerhin haben wir jetzt einen neuen ort für unser camps geschäft für dich was darf es für unseren ersten kunden sein das geld genau was wollte ich jetzt sagen ich hoffe ihr seht es mir nach es ist ja so ultra heiß hier gerade ich bin ich nehme die folge hier am dritten siebten auf um ein uhr und ich habe hier gerade in meinem zimmer 27 grad ich gehe halber ein aber gut so wir waren stehen geblieben zu unserer quest zu gehen hier nehmen wir hier kaufen erstmal nix in der letzten folge ich weiß gar nicht habe ich schon gesagt was wir gemacht haben wir haben das starlight drive in besucht und jetzt hier diesen laden und dort den cam händlern also den drogenhändlern geholfen ihr geld einzutreiben von der mutter und die mussten wir leider umbringen ich bin mir immer noch nicht sicher ob es der richtige weg war generell illegalen geschäften zu helfen aber erstmal sollte man seine schulden zurückzahlen wenn man welche auf und und auch wenn es die mutter nicht war aber sie wollte damit waffen gewalt klären so anscheinend war das der ihren lager davor oder so würde zumindest sinn machen und wir gehen jetzt auch wir betreten wieder die stadt wir können mal rennen pack mal die waffe weg weil dann ich weiß gar nicht sind wir dann schneller ich glaube es sogar nicht aber gut so jetzt heute in der aufnahme könnt ihr auch noch mal ganz sagen wie ihr das audio findet ich habe jetzt auf jeden fall den kompressor wieder angemacht der erst an gewissen lautstärke sachen überhaupt durch lässt und dann hoffe ich einfach dass die restlichen störgeräusche von dem envya programm raus gefiltert werden aber das sehen wir dann wieso das beste aus beiden jetzt gemixt wo renne ich eigentlich hin einmal in der stadt vorbei wir müssen hier so in die richtung hat überhaupt killer bean hier treff danke endlich mal wir haben gleich eine chance ich glaube krieg chancen trifft er immer wir laden nach notfall halt einfach no scope wir drücken uns auch mal kurz den pack rein so wo seid ihr hier seid ihr noch eine silbergabel habt ihr dabei die pilze nehmen wir mit und auch das ok wir sehen jetzt schon mal das symbol unten auf diesem hub und komm dem näher manchmal gibt es hier was bei den autos aber hier anscheinend nicht was bist du oder bist ein unterschlupf vielleicht weil das auch der unterschlupf sieht zumindest ein bisschen luxuriöser aus vielleicht ist aber auch jemand drin einfach mal kurz aus dem leben gekickt so hier nehmen wir mit ja aber du bist nicht automatik also die wurden mir als gegner angezeigt darum bin ich jetzt einfach drauf los mit der waffe sonst hätte ich natürlich versucht mit ihnen zu reden kommen wir nicht oben drauf na doch wollte schon sagen hallo oh hier gibt es auch noch übereinander mehrere leute kochplatte und heimt und jeans das brauchen wir glaube ich nicht wir haben noch level ups oder ein level ab in was vergeben wir das denn schadensresistenz wäre möglich wir könnten in beweglichkeit investieren versuchen verursachen mehr schaden das wäre natürlich auch ja eigentlich wäre intelligenz vielleicht am besten was kommt denn da noch robo experte nuclear physiker du weißt wie man atomisch spaltern beherrscht strahlungswaffen vorerst mehr schaden nerdwut ja tragekapazität gut das haben wir durch unseren mod eigentlich schon abgedeckt ja mehr schaden was haben wir hier bei jesus du bist die vitalität in person unterhältst mehr gesundheit sind 20 gesundheit zu viel immer rein das zeug auch möglich dein mysteriöser freund erscheint gelegentlich im wetz und hilft dir mit tödlicher effizienz was muss ich denn darunter verstehen komm das nehmen wir mal das wetz ist ja aktuell so beschissen da kann alles helfen jetzt geht es darunter das waren mal echte menschen anscheinend ich behaupte einfach mal die wurden von denen umgebracht dann war es nur halb so schlimm dass wir die umgebracht haben gut vielleicht gehören die aber auch jetzt oh gott ich renne natürlich durch das strahlenverseuchte wasser gibt es hier auch eigentlich mal sowas wie sauberes wasser natürlich nicht wo mussten wir durch die kanalisation rein das kann natürlich sein weil wenn das schon so auffällig hier ist aber ich kann mich gerade auch einfach an eine andere stelle vielleicht erinnern nichts von bedeutung wobei den alkohol nehmen wir mit halt löchen ich habe irgendwie das gefühl der affe war tödlich wo muss ich denn genau hin achso ich muss erstmal die quest wieder an machen töte die raider ach die sind da hinten ok dann nehmen wir erstmal den koffer hier mit auch sehr gut gleich beim ersten mal paar klammer ventilator und noch irgendwas eine provisorische bombe oh hier sind überall bomben noch irgendwo ich habe das ge- was wie hier ich frage gar nicht manchmal ist vorlaut ein bisschen buggy ja die monkey trap wir hier das war nicht geplant das ist keine monkey trap mehr ich würde sagen wir haben es geschafft Nachricht Trees wenn du das hier liest du bist ein Dummkumpf ich sag's zum letzten mal wir schließen diese Türen benutze den Eingang im Abwasserrohr wenn du es nochmal vergisst kannst du draußen bleiben Walter gut wir wissen jetzt auf jeden Fall wie wir reinkommen wahrscheinlich sind das auch die Banditen die wir erledigen dürfen weil ich wüsste nicht wo hier noch sonst Banditen sein sollten wir können mal ganz kurz ne das zeigt ja schon eindeutig aufs Abwasserrohr aber finde ich ein bisschen blöd dass da schon die Lösung gespoilert wird aber gut so schlimm ist das auch nicht Abflussrohr mhm lecker zum Glück gibt es noch eine Richtung ok ihr seid keine ich weiß nicht welche Waffe aktuell am besten ist wir wechseln wir wechseln mal die Pistole äh Hundi haben wir eine Bombe äh eine Bombe eine Granate oder sowas Molotow Cocktail könnten wir nehmen warum denn nicht alter alt gedrückt ok ich sag mal so effektiv war es oh das ist wies danke Hundi danke Hundi noch jemand? möglicherweise noch ist die Quest nicht als geschafft markiert wir nehmen die Schotty auf jeden Fall mit die Schotty ist auch ein schöner Name für Schrotflinde was ist das denn? einfach ein Rohr verblasst das Visier wir nehmen das auch noch mit hier ist auf jeden Fall noch Gefahr wir klauen hier den mal ihr Zeug zusammen Patron nehmen wir mit Molotow und das Pipegewehr wie haben die mich jetzt gehört? ok die kommen aber nicht näher aber bei dem Lärm was ich hier gerade mache vielleicht nicht allzu besonders nehmen wir hier das ganze noch mit hier konnten wir doch noch irgendwas aufsammeln können wir die Notizen nicht? ne keine Notizen für euch Geräuschefalle Geräuschefalle wer auch immer da vorbei rennen sollte weiter ja weiter gib mir kurz das war es für dich so hier gibt es noch mehr Zeug sehr sehr schön gut gut was haben wir hier noch noch mehr von diesem Alkohol Zeug ich gehe zumindest davon aus dass das Alkohol ist Chat das war für irgendwas Heilungsmäßiges glaube ich oh Schlüssel zum Souvenirladen mit Leuchtvisier brauchen wir ein Leuchtvisier? eigentlich nicht wie sieht das jetzt eigentlich aus wenn ich nur mal kurz äh äh okay dann schlägt er mit der Waffe muss man ja mal ausgetestet haben so das Dimpack was ist Harness und was was wir nicht brauchen wir nehmen das hier nochmal mit was habe ich jetzt aufgesammelt ich werde es vielleicht kurz für euch im Schnitt wenn ich wenn es zumindest ein Frame lang eingeblendet war nochmal kurz zeigen oh Voltec Lunchbox sehr schön hier nehmen wir irgendwas Chirurgie oder so Chatbier warum haben sie eigentlich den Eingang gesichert macht doch wenig Sinn Schirm nehmen wir mit Aluminium und entsperren und gehen raus so ich glaube das beste ist es wenn wir jetzt uns zurück teleportieren brauchen wir nicht so viel Zeit mit langem warten ja gut das dauert schon lang genug den Ladescreen hier zu laden ist halt ne große Map aber gut na gut langsam kann es mal wirklich fertig werden ich weiß auf jeden Fall welches spiele ich als nächstes auf die SSD pack wenn Warhammer rum ist das fragen sich manche vielleicht warum packst du nicht beide rauf ja weil ich keinen Speicher drauf mehr habe weil man nimmt gerade mal 50 Gigabyte weg ähm wo nie hast du mir gerade was gebracht die Kanne Automatische Tour ja möchtest du sonst uns noch was sagen Hallo und Willkommen am Walden Pond Sie stehen nun vor der Hütte die der sie stehen nun vor der Hütte die der transzendentalistische Autor und Philosoph Benry David Thoreau ab Sommer 1845 bewohnt hat Zwei Jahre zwei Monate und zwei Tage lebte Thoreau in dieser Hütte um ein objektiveres Verständnis von der Gesellschaft zu erlangen oh danke Das Experiment wurde durch Thoreaus Interesse an transzendentalistischer Philosophie beeinflusst, laut der wahre Selbstständigkeit, die Menschen beflügelt. Indem er von dem lebte, was das Land ihm bot, bewies Thoreau, dass äußere Verbesserungen der Lebensumstände nicht zwingend zu inneren Frieden und Ausgeglichenheit führen. Besuchen Sie für weitere Informationen den Geschenkartikelladen und kaufen Sie eines der vielen Bücher über Transzendentalismus. Ja, so kann man auch Werbung verpacken. Auch erhältlich T-Shirts, Kaffeetassen, Spielzeuge und viele weitere Andenken an Ihren Ausflug. Auch erhältlich irgendwelche Waffen, womit ihr eure Bekannten umbringen könnt. Mr. Handy ist für Leute, die das nicht wissen, so eine Art Kotzwerf. Achso, ich wollte ja, ich wollte mich ja teleportieren. Gut, ab nach Tent Pines Bluff. Mal gucken, wie die reagieren. Vor allem, warum haben die so weit entfernt ein Problem mit denen? Das wäre ja vielleicht noch viel interessanter zu wissen. Aber gut, geht mich ja nichts an. Wenn ich dran gedacht habe, schneide ich euch mal kurz den Ladescreen zurecht, weil ich hier jetzt nichts gesagt habe. Aber gut, so, wir könnten jetzt warten. Können wir hier irgendwo pennen? Haben wir noch eine Wasserpumpe? Ähm. Okay, anscheinend können wir hier das Wasser trinken. Sehr gut. Dann, äh, ja, reicht. Dann können wir den mal anquatschen. Oh, die haben ganz viele. Die können sich selbst versorgen. Sehr gut. Da freut sich eine gewisse Siedlung. Sehr gut. Gut. Dann gehen wir mal zu denen. Jetzt aber wirklich. Hey, hallo. Was ist los? Oh Mann, da weckt ihr mich schon. Ich hoffe, es ist wichtig. Hast du die Raider gefunden? Ich hab mich gekümmert. Ja, ich hab mich um sie gekümmert. Im Ernst? Das sind die besten Neuigkeiten, die ich hier seit langem gehört hab. Wir haben uns mal etwas unterhalten. Und wir haben beschlossen, den Minutemen beizutreten. Wenn wir wollen, dass sich die Lage verbessert, müssen wir anfangen, uns gegenseitig zu helfen. Also, wir sind dabei. Du kannst auf uns zählen, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst. Danke nochmal. Ja, danke auch. Sehr schön. Dann können wir diese frohe Nachricht auch überbringen. Und ab... Oh, jetzt hat der Ladescreen hier mal wieder ein Bild. Raider sind die Geisel des Ödlands im Commonwealth, wie auch überall sonst. Sie sind locker organisiert in einer Machtstruktur, die auf Shira Rauch... Hochlosigkeit passiert. Mann, was ist denn heute los? Und greifen jeden jederzeit an, ob es keinen Grund dafür gibt oder nicht. Synth des Instituts gibt's in verschiedenen Ausführungen. Vom skelettartigen Gen 1 Modell bis zu einer ganz anderen tollen Ausführung. Hallo, Preston. Die Siedlung, zu der du mich geschickt hast, hat beschlossen, sich den Minutemen anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Ich wusste, du bist perfekt für diesen Job. Ach, übrigens, du solltest eine dieser Leuchtpistolen mitnehmen. Mit ihr kannst du Minutemen in der Nähe zur Hilfe rufen. Im Moment ist sie noch nicht so nützlich. Aber wenn sich uns ein paar mehr Siedlungen anschließen, wirst du irgendwann überall Hilfe rufen können. Ich schätze, du weißt, dass ich einer der letzten Minutemen bin. Aber ich hab dir nie wirklich erzählt, was mit uns geschehen ist. Ich bin ganz ohr. Hast du mal vom Quincy-Massaker gehört? Nein. Ich dachte, inzwischen wüsste jeder im Commonwealth davon. Die Minutemen verrieten sich gegenseitig. Und die Leute, die sie schützen sollten. Ich war in Colonel Hollis Gruppe. Eine Söldnertruppe, die Gunners, griffen Quincy an. Die Bewohner baten die Minutemen um Hilfe. Wir waren die einzigen, die kamen. Die anderen Gruppen wandten sich einfach ab. Von uns und den Leuten in Quincy. Nur ein paar von uns kamen lebend daraus. Colonel Hollis war tot. Und so übernahm ich das Kommando über die Überlebenden. Wir haben nie einen sicheren Ort zum Ansiedeln gefunden. Eine Katastrophe nach der anderen. Das Ende des Ganzen hast du in Concord gesehen. War es das Massaker, oder? Was war das Quincy-Massaker? Ich dachte, inzwischen... Ich war in Colonel Hollis. Okay, das war es. Dann überspringen wir mal das kurz. Ach. Ich weiß, wie es sich anfühlt, allein zurückzubleiben. Ja. Schätze, das tust du. Deshalb rede ich mit dir. Ich kann die Minutemen nicht wieder aufbauen. Aber ich glaube, du schon. Warum kannst du die Minutemen nicht anführen? Weil ich kein Anführer bin. Ich kann meine Leute durch ein Feuergefecht bringen. Ich kann einen Perimeter verteidigen. Aber das wird nicht reichen, um die Minutemen vor dem Endgültigen auszubewahren. Wir brauchen jemanden, der das ganze Commonwealth zusammenbringen kann, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und ich glaube, du bist die richtige Person dafür. Wieso glaubst du, dass ich das kann? Du hast uns in Concord gerettet. Du hattest dadurch keinen Vorteil. Und du hattest deine eigenen Probleme. Aber du hast es trotzdem gemacht. Diese Art von Selbstlosigkeit sieht man hier schon seit einer Weile nur noch sehr selten. Kannst du mir erklären, worum es bei den Minutemen geht? Wir sind Bürgersoldaten. Leute aus dem Commonwealth, die sich zusammenschließen, um sich gegenseitig zu schützen und die gemeinsame Zukunft zu bestimmen. Das war die ursprüngliche Idee dahinter. Und es ist eine gute Idee. Die Minutemen sind den Bach runtergegangen, weil unsere Anführer vergessen haben, wofür wir stehen sollten. Ich glaube, du kannst die Minutemen wiederbeleben und das ganze Commonwealth einen. Ja, wir können es auf jeden Fall mal versuchen. Okay, ich mach's. Gut, sehr gut. Willkommen an Bord. Ich habe das Gefühl, dass das ein ganz neuer Anfang für die Minutemen und auch das Commonwealth ist. Keine Sorge. Ich werde immer an deiner Seite sein, General. Warum nennst du mich General? Der Anführer der Minutemen hatte immer den Rang eines Generals. Unser letzter Anführer war General Becker. Er ist 82 gestorben und danach konnten wir uns auf keinen Nachfolger einigen. Das einzig Gute, der letzte Minutemen zu sein ist, mir widerspricht niemand, wenn ich sage, dass du der neue General bist. Jetzt ist es an dir, dafür zu sorgen, dass es mehr wird als nur ein bedeutungsloser Titel. Ich habe einen etwas anderen Auftrag für dich. Dann erzähl mal. Unsere Späher haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitstrahl und informiere die Siedler darüber. Und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farmstadt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück, Stück für Stück. Das hört sich doch gut an. Müssen wir zumindest... Hast du einen Augenblick Zeit? Ich wollte dir dafür danken, dass du uns in Concord geholfen hast. Hätten wir dich doch nur eher getroffen. Ähm, was ist passiert? Das ist sicher interessant. Keine Ursache würde auch passen. Was sagen wir mal, keine Ursache? Ihr seid wirklich durch die Hölle gegangen, was? Du kannst es dir nicht vorstellen. In den letzten Monaten haben wir alles verloren. Mein Sohn ist... ist fort. Ich kann das nachvollziehen. Ich... hab auch jemanden verloren. Aber du und ich... Wir sind noch da, oder? Wir müssen weitermachen. Für sie. Richtig. Aufgeben ist kein... Keine Option. Ne, mit dir rede ich jetzt nicht. Sonst sind wir hier nur im... Labermodus. Aber ich wollte noch was machen. Und zwar... Gehen wir jetzt zur Fabrik, die ich dort gesehen habe. Beziehungsweise untersuchen die Autobahn. Ich hab da irgendwie im Kopf, dass da was war. Aber... Vielleicht ehre ich mich auch. Die Mindemen trafen erstmals 2180 rumreich auf den Plan, als sie Diamond City gegen eine Horde Supermutanten verteidigten. Das ist interessant, weil Diamond City ist ziemlich gut geschützt. Aber gut, Supermutanten sind auch ziemlich stark. So, jetzt müsste ich nur noch wissen, wo das in etwa war. Vielleicht bei dem Gebäude? Ich hab hier irgendwie ein Flugzeug im Kopf, aber keine Ahnung, ob das stimmt. Das sieht auf jeden Fall nicht wie ein Flugzeug aus. Aber eher wie eine Bedrohung. Hier wird geschossen. Kann kein Gegner ausmachen. Ähm, tollwürdige Maulaufsratte, äh, hi. Bist du Freund oder Feind? Du bist Freund, okay. So sieht Gerechtigkeit im Commonwealth aus. Körper stehen. Willst du dich jetzt gerade erklären, oder? Doch, du hast doch hier sehr gute Arbeit geleistet. Hm. Ja, hinter dir. Klar. Hi. Habt ihr es jetzt? Hi, wie geht es dir? Äh, gut, und dir? Ja. Okay, du hast nix zu sein. Ah. Ja, mach du mal. Guck mal mich hier um. Das nehmen wir mit. Hier können wir nix mitnehmen. Ja, das ist... ...kein funktionaler PC mehr. Sehr gut. Dann gucken wir mal hier rein. Oh. Ihr seid hier wahrscheinlich ein anderes Kaliber. Wobei... Wobei. Ciao. Gut. Das wird hier wahrscheinlich der Schatz sein. Oh ja. Oh ja. Nehmen wir mal mit, weil ich gerade nicht weiß, wie gut der Rest ist. Oh, ein Scharfschützengewehr. Das können wir gebrauchen. Gut. Mehr gibt es aber hier anscheinend nicht. Oder was heißt, mehr gibt es nicht? War ja auch eigentlich genug. Wir rüsten es gleich mal aus. Scharfschützengewehr. Hier. Wir verteilen das mal auf die Nummer 6. Ja, rüsten es mal aus. Okay. Mit Alt können wir den Atem anhalten. Okay. Gut. Dann weiß ich Bescheid. Wo bist du denn, Hundi? Oh, hier hat einer anscheinend kurze Zeit gelebt. Immer lange wird er es wahrscheinlich nicht aushalten. Na gut, neben dem Friedhof zu wohnen. Ich kann mir Schöneres vorstellen. Bald wird Friedhof. Oh. Ich habe jetzt hier eher mit so einem Unterstupf gerechnet. Aber gut. Alter. Lässt mal einen Hund in Ruhe. Ciao. So, da kommt der von hinten einfach angeschlichen. Ähm, ja, können wir mal mitnehmen. Buskro... Ja, wir klauen hier mal Knochen. Über die ethische Frage unterhalten wir uns gar nicht. Oh. Hier wird was das Symbol ist, aber nur symbolisch dafür, dass es den Ort gibt, oder? Oder gibt es hier noch vielleicht was? Vielleicht hier drin. Wir kommen her und plündern erstmal den Friedhof. Wenn uns Kramer nicht trifft, wenn dann... Hier gibt es aber nichts. Fahren wir noch in die beiden rein und dann... Okay, hier können wir gar nicht reinschauen. Wahrscheinlich hier auch nicht. Nein. Vielleicht dann... Dort noch. Oh, hier ist sogar offen. Ja, hier gibt es noch mehr Knochen. Weiter können wir daraus Knochenmehl dann herstellen, aber dann kommen wir einfach nochmal vorbei. So. Wo sind wir jetzt eigentlich gerade? Wir sind doch ganz schön weit... ...in die andere Richtung gegangen, aber gut. Es gibt ja hier keine richtige und falsche Richtung. Die Blumen nehmen wir mit. Okay, ich höre hier wieder was. Ciao. Oh, Kurzhand-Rifle. Hat sich doch gelohnt, eine neue Waffe. So, was finden wir hier? Ah, guck mal, da ist das Flugzeug. Hat mich meine Erinnerung doch nicht getäuscht, nur wir sind ein bisschen zu weit gegangen. Und dann können wir nach da hinten. Na, hopp, so. Oh. Ist das hier? Nö, wo ist denn? Hier ist ein Minuteman. Na gut. Was es aber in dem Flugzeug gibt, das sehen wir erst im nächsten Part. Schaut dann gerne rein, dann erkunden wir, wie gesagt, dieses Flugzeug und dort hinten den Ort, wo wir gerade gesehen haben mit dem Kotsworth-Ding da. Also, nur die andere Ausführung. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss. Ich bin flyin' high, but I got a feelin' I'm fallin', fallin' for nobody else but you. You caught my eye, and I got a feelin' I'm fallin', show me the ring and I'll jump right through. Untertitelung. BR 2018